Es gibt Sachen, die muss man einfach tun. Mindestens zweimal im Jahr den kleinen Kobold auf dem Plattenteller so ein paar Runden drehen lassen. Da freut er sich immer ganz, ganz sehr. Und was noch wichtiger ist, wenn man so alte Schätze wie hier das Geheimnis um eine giftige Feder hört, obwohl man das ja alles einpackt, muss man doch sich die Bürste ab und zu holen, die Karbonbürste. Und da ist es wichtig, nicht diesen hier zu machen. Das denken nämlich die meisten hier. Nein, ihr fahrt so langsam nach unten. Und nochmal, so vorsichtig nach unten. Und damit reinigt ihr die ganzen Rillen vorbildlich. Und wenn das geschehen ist, dann kann doch nur noch ein wundervoller Hörspielgenuss rauskommen. Dann starten wir mal. Gute Unterhaltung. Zumindest für ein paar Sekunden. Pumuckl, wird hier schwindlig? Nee. Ein Geheimnis zu erkrinden und des Rechtes Lösungswindel. Ein Verbrechen aufzudecken. Ein Geheimnis zu erkrinden und des Rechtes Lösungswindel. Ein Geheimnis zu erkrinden und des Rechtes Lösungswindel. Vielen Dank.